Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und der Vorweihnachtszeit entsprechend. Heute mal mit Weihnachtsgeko und da quatsch ich auch gar nicht lang rum. Da fangen wir gleich mal an. Heute mal mit Weihnachtsgeko. Heute mal mit Weihnachtsgeko. Heute mal mit Weihnachtsgeko. Wir bleiben auch tatsächlich so ein bisschen hängen. So, kommen wir zum nächsten. Das ist so eine Kugel. Aber die ist leider etwas schwach. Das ist so eine Kugel. 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 Ich glaube, da ist gar keine Pappel-Wiebett drin, nee, die funktioniert gar nicht. Ich glaube, da ist gar nicht. Das ist so ein Engel mit dem roten Herd von den Angstkünsten. Ich glaube, da ist gar nicht. 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 Beim Einpacken von Geschenken erweist sich dieses Papier immer als etwas widerspenstig. Und ich muss auch gestehen, das Papier ist wirklich alt. Und ich kaufe solches Folienpapier nicht mehr, weil ich nämlich keine Umweltsau mehr bin. Was ich die letzten Jahre gemacht habe, dass ich immer so viele Glossyboxen und Pinkboxen habe, dass ich meine Geschenke da drin eingepackt habe. Ich habe die Boxen alle aufgehoben und habe die dann für Weihnachten verwendet. Natürlich, wenn Geschenke in der Größe waren. Ja, die muss man ja nicht wegwerfen. Ich muss auch eine Tonne weiße Papier holen, was dann aufgerissen wird und dann landet es eben Dreck. Das ist eigentlich auch zu schade. Ja, aber wie gesagt, das sind noch Überbleibsel. Vielleicht verwende ich sie dieses Jahr, weil ich habe sie ja nur mal gekauft, vor Jahren. Und hier habe ich noch einen kleinen Strohstern, den hat ich leider vergessen eben. Ja, aber... So, der bleibt doch tatsächlich hängen. So, und was ich letztes Mal aus meiner Glossybox so gut fand, das war der komische Tee. Der hat nämlich echt gute Sounds gemacht, deswegen wollte ich den heute noch mal bringen. You think coffee, I drink tea, my dear. Ich kann ökken, ich kann ökken und starte sehen. Ich kann ökken, ich kann ökken, und starte sehen. So lauter. Das war's. Dieses Video habe ich ein paar Tage vorher schon gemacht, weil wir ja jetzt um 10 Uhr sitzen. Wir sitzen hier auf gepackten Kisten. Mein Equipment wird jetzt verstaut. Und ja, das nächste Video, was dann kommen wird, ist dann aus dem neuen Haus. Ja, so ein Umzug ist eine Katastrophe. Wir haben bestimmt 120 Küsten. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Meine Nerven liegen mittlerweile komplett blank. Ja, morgen Abend ist der letzte Abend im alten Haus. Und morgen Abend gibt's auch McDonalds, weil die Töpfe und Pfannen und alles weg ist. Ja, dann also bis zum nächsten Mal, wenn's euch gefallen hat. Wenn's euch nicht gefallen hat. Und bleibt sauber. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Eure Dani, die jetzt den richtigen Knopf drückt, weil sie jetzt weiß, welcher der richtige ist. Tschüssi. Töpfe für heute. Töpfe für heute.